bei der größe nur ein bisschen unangenehm dass halt alles in einem level ist das ist stressig scan initiated scanning all body systems scanning hormonal profile der dicks hier den kannst du nur von unten öffnen von oben geht das nicht das nam hat was oben ist das numpet ist das numpet ist Das Lamp-Pad ist für die Belüftungsanlage im dritten Stock. Das haben sie dieses Mal auch. Ich weiß nicht warum, aber die Belüftungsanlage oben im dritten Stock, die man zwischendurch mal benutzen kann, um den einen Raum leer zu machen. Brauche ich deinen Dings? Nee, den habe ich ja. Also man kann es nicht öffnen. Hier kommen wir nicht dran vorbei ohne irgendwas, oder? Was ist denn die Kamera? Ja. Das könnte auch wieder in die Hose gehen, weil unten zwei Gards stehen. Das geht wieder, kein Schwein. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubidu. Okay. Okay. die exe der gelangweilte dankeschön für neun monate willkommen zurück warte mal das doch der eingang hier ja Ja, klar. Ja, klar. Sorry, accept your mana. Aber es sind weitaus weniger Kameras geworden, äh. Das ist ein Schmuck. Das ist ein Schmuck. Ich bin auf der Dramatik. Sie sind schwerer, wenn sie nicht die Flüge machen. Oh, erzähl mir das. Ich weiß nicht. Sir, you are not allowed to pass. Ja. Ich hab mir schon bedacht, dass ich mich nicht da... Das ist ein Schmuck. Security protocol overruled. Access granted. Ich wollte gerade sagen, das ist aber eine easy disguise. Also, äh, Verkleidung. Natürlich nicht. Warum steht hier Wein und Muffin? Whiskyflasche. nicht. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Das istPS-Fahrt. Okay. Uh, you don't want to have a look? Yeah, all right. Yes, you are... ... ... ... ... ... ... ... Das sieht gut aus, Mann. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus, Mann. 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 Das ist gut aus, Mann. Das ist gut aus, Mann. Das ist gut aus, Mann. Das sieht 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 gut aus, Mann. im alter hat man es aber auch mit kontinenz oder inkontinenz da muss man die art läuft ja quasi man ganz alleine kann man sich ja hier so eine wie heißen die dinge oder ente unter den arsch klemmen einfach kündigung ausgesprochen man kennt ihn nach klaus kohor oder so jetzt habe ich alle entlassen was ist das hier mit whisky ich hätte ihre leibwache entlassen eigentlich habe ich jetzt ihre leibwache entlassen habe ich denn jetzt entlassen ich habe nicht mal eine ahnung wenig entlassen habe wütendes memo als er an der lösse behältst einen kleinen streich vielleicht für lustig ich kann nicht in die akademie Sonst ist einer ein Ballon, Junge. Habt ihr auch gerade gesehen, was wir jetzt machen? Wir müssen nur rausfinden, ob er mit reingeht. Das müssen wir rausfinden, ob er mit reingeht oder nicht. Wenn er mit reingeht, ist es scheiße. Dann kämen wir in den Donnentag. Wenn er mit reingeht, müssen wir ihn noch loswerden. Irgendwie. Warte mal, stand da nicht noch irgendwas mit Disconnected? Geht mir noch ein. Dann müssen wir ihn loswerden. Das Level ist mega geil aufgebaut, finde ich. Ich finde es sehr schön, dass sie diesen vertikalen Schritt gehen. Ist das nicht der Jeremy Boyd? Keine Ahnung, oder? Nee. Nee. Jerry Boyd stand woanders. Stand irgendwo unten an der Tür. Das ist der Guard für den Raum unten. Nee, nee. Nee, nee. Das ist so ein Guard für die Tür unten. Na, das wäre ja krass, wenn du den Guard einfach feuern könntest. Ist das crazy? Ist das crazy? Oh, Leute. Wir machen einfach Trick 17. Wir droppen einfach die Waffe. Oh, das haben wir in dem Play-Through ja noch gar nicht gemacht. Wir können einfach die Waffe hinlegen, er hebt die auf und dann snacken wir sie einfach im Serverraum weg. Moment. Ich weiß nicht. Was ist das X noch gar nicht. Ich weiß nicht, ob man flexible platen muss lassen. Was ist denn das? Ich habe ein Weapon gefunden. Ja, ein Weapon. Okay. Schade. Schick eine Anleitung. Aber ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm, Leute. Wir machen das einfach mit Münzen. Wir beten den einfach hier. Okay. Okay. We can make it happen. Unbeaten. We're in business. We are in the business Auf zum barbeque Auf zum barbeque Auf zum barbeque Auf zum barbeque China will es heute aber auch echt wissen muss ich sagen China will es heute echt wissen Access granted So jetzt können wir Das wäre wirklich ein super Clip gewesen Der wäre viral gegangen Aber wir sind ja Erfolgsverweigerer, wir wollen keine Clips Clips sind bad, okay 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 Und dann müssen wir ein Stock weg hoch Dann gehen wir mit der Leiter nach ganz oben Und dann machen wir den anderen Tuch noch Und dann müssen wir wieder nach ganz nach unten Dann müssen wir den Datenkern kapitsch machen Oder Obwohl, ne Ich glaube so rum ist besser Weil Dann haben die hier unten die ganzen Leichen weggetragen Und dann Oh, meine Damen und Herren Es geht los Ich wette mit euch Es gibt ja noch ein Kill Wo man sie in das Kühlwasser reinschubst Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Ich habe das Wie ist das? Aufmerksam gemacht Wie ist das? Wann Sie aus?